Willkommen zum kleinen Video mal kündig ich schon an also Livestream wollte ich euch einfach mal sagen es gibt ein Livestream und übrigens zocken wir mit unserem eigenen Texture Pack das Texture Pack ist noch nicht fertig deswegen werde ich auch noch nicht verlinkt und ich werde auch überhaupt erst irgendwie wenn ihr es haben wollt als irgendein Special-Raum auch aufhören aber ich finde es eigentlich ganz cool also ja ich muss halt noch die Blöcke machen und so weiter aber das geht schon ich habe zehn Kämpfe hintereinander gewonnen deswegen würde ich das ungern verlieren hier seht ihr zehn Kämpfe es ist nichts besonderes aber ich finde es eigentlich ganz geil das habe ich nur glaube ich jeden zweiten oder dritten Tag oder so ich spiele nämlich nicht mehr so aktiv also so eins ich bearbeite lieber mein Textscher weg die Rüstung sieht aber schon geil aus wir werden mit einem anderen Kit spielen das dem hier ist ein geiles Kit hier könnte ich sagen würde ich das sagen dass es gewinne als ich da reingesprungen bin mit dem erstmal als gegeben habe zu uns verwenden wir mit diesen wunderschönen Kittier spielen das ist mein Name auch ein sehr geiles Kittier hat es wahrscheinlich noch nicht gut gesehen in dem Kittier bin ich früher ganz gerne aufgenommen jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so oft sind er hat in letzter Zeit nicht mehr so oft gespielt das in den letzten paar Tagen hat ich meine sind mit Läden ist es in den letzten Monaten und Wochen aber geht aber so in die letzten paar Tage habe ich wieder richtig Bock darauf bekommen kleiner taktischer Tripp tipp sorry tipp für den Anfang nie sich selbst in Lava setzen so wisst ihr was Leute ich bin einfach eine Runde Airways or in Central da habe ich gerade richtig Bock drauf und danach der Runde würde ich sagen dann auch vorbei Übrigens sollte der Livestream wird auf dem Kanal Mimicraft übertragen glaub ich war nämlich ja am Sonntag dann in den Urlaub das heißt Sonntag werden 10 Tage lang ungefähr keine Videos mehr kommen keine Sorge am Dienstag danach werde ich danach aber am Dienstag nach dem Urlaub werde ich dann aber dafür mehr Videos hochladen also übrigens wollte ich euch nochmal kurz meine Donald Trump Parodie empfehlen um diese in der Infobox würde ich mir empfehlen das ist unser 10 Abonnenten Special auf um Mimicraft beziehungsweise diese extrem lustig finde ich also ja Achtung Spoiler Warnung sie heißt Donald der Baumeister sich im Titel weil ich damit ihr mehr oder weniger was spoilern würde deswegen habe ich auch gerade Spoiler dann gesagt und alles und alles ja aus ich muss nicht wirklich aufpassen wenn ich ein bisschen aufpassen dass ich nicht sterbe dann ich hoffe ich dass sie zu gewinnen erster kill so ich bin ein bisschen überflüssigen scheiß so in die kiste so 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 Dude. Fuck, der gewinnt das. Oh, er hat's doch nicht gewonnen. Höre ich da gerade einen Gegner kommen? Der ist tot. Die Leute, man gewinnt das Ganze hier total easy. Yeah, 27. Juhu. Das schon mit dem Video, ich hab's nicht gefallen. Lasst mir deine positive Werte, wenn es ist, würde mich unglaublich freuen. Also Leute, ich hoffe, dass ihr euch da noch mal... 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 Ich hoffe, bis bald.